Westküste FM, der Buchtipp, heute von Gabriele Scheller. Ich möchte Ihnen heute von Mareike Fallwickel, Die Wut, die bleibt, vorstellen. Das Buch ist bei Rowold erschienen, es ist ein Hardcover, es hat 374 Seiten und kostet 22 Euro. Intensiv, verstörend und unglaublich gut geschrieben ist der neue Roman der österreichischen, sehr feministisch engagierten Autorin. Der Roman spielt während des Corona-Lockdowns. Viele Mütter, die mit den Kindern und deren Vätern mit Homeoffice und Homeschooling in ihren Wohnungen eingesperrt waren, kennen den Satz, ich könnte vom Balkon springen. Genau das tut Helene, schon auf der ersten Seite des Romans. Es gibt keine Ankündigung, keinen Abschiedsbrief. Zurück bleiben Lola, die 15-jährige Tochter, ihr Stiefvater Johannes und die beiden kleinen Halbgeschwister, Lucius, eineinhalb und der fünfjährige Maxi. Zurück bleibt aber auch Sarah, Helenes beste Freundin aus Kinderzeiten, bis heute, bis zu Helenes plötzlichem Tod. Sarah ist erfolgreiche Autorin, sie lebt im eigenen Haus, ihr jüngerer Lebensgefährte wohnt bei ihr. Aber jetzt fühlt sie sich verpflichtet, den verwaisten Kindern beizustehen, von Johannes ist wenig Hilfe zu erwarten. Lola, ihr Patenkind, ist in ihrem Schmerz voller Wut und diese Wut bricht sich Bahn. Es gibt Freundinnen für sie, jede auf ihre Weise verletzt. So wird die Wut gebündelt. Es ist ein gefährlicher Weg, der da beschritten wird. Der Roman ist ein flammendes Manifest für den Feminismus. Ein Aufruf an Frauen, nicht länger Opfer zu sein, sondern sich zu wehren, zurückzuschlagen. Die Botschaft lautet, Gewalt ist nicht der richtige Weg, aber seid selbstermächtigt, seid selbstbestimmt, verbündet euch, lasst euch nicht länger unterdrücken und handelt solidarisch. Ein beeindruckender Roman, der lange nachwirkt. Die Botschaft lautet, Gewalt ist nicht der richtige Weg, sondern sich zu wehren, sondern sich zu wehren, sondern sich zu wehren, sondern sich zu wehren.